Hi! In diesem Beitrag geht es um »Die Philosophie des Geldes« von Georg Simmel. Das hier ist der zweite Teil eines kleinen Exkurses zu den Themen »Moralisches Handeln, Geld und Gerechtigkeit«. Zuletzt ging es um »Moralisches Handeln anhand der Theorie der ethischen Gefühle« von Adam Smith. Das ist jener Denker, der auch »Der Wohlstand der Nationen« schrieb, erschienen im Jahr 1776. In dieser Zeit ging von England die Industrialisierung aus, die sich dann auch bald auf Europa und Nordamerika ausbreitete, und mit ihr der Kapitalismus. Im Zuge dieser Entwicklungen – Strömungen – entstanden im 18. und 19. Jahrhundert etliche Werke über die Bewegungsgesetze des Geldes. Allein, dass sich keines des Geldes selbst als Gegenstand seiner Untersuchung annahm. Und dann kam Georg Simmel und sein »genialer Wurf«, wie »Simmelfachmann Ingo Meyer« es nennt. Simmel habe das Allertrivialste, das heute jeder mit sich in der Tasche herumträgt, als Symbol dafür genommen, wie die Gesellschaft zu der geworden ist, die sie heute ist. Wenn der Mensch wirklich das »Animal Symbolikum« ist, wie es der Philosoph Ernst Cassirer einst definierte, mit der menschlichen Fähigkeit zur »Symbolgebung« als Ursprung allen kulturellen Schaffens, dann nimmt das Geld in diesem Schaffen eine zentrale Rolle ein. Vordenker, der Georg Simmel war, erweist sich seine Analyse der damaligen Gesellschaft noch als bemerkenswert fruchtbar für die heutige Gesellschaft. Im Folgenden geht es also um das Thema »Geld« anhand der »Philosophie des Geldes« von Georg Simmel. Dabei handelt es sich um ein 800 Seiten starkes Werk, dessen Kernthese hier nur grob nachvollzogen werden kann, mit Fokus auf den ersten beiden Kapiteln. Zunächst ordnen wir den Denker historisch und sein Werk biografisch ein, in welche Phase seines Schaffens fällt diese Schrift überhaupt. Danach beschäftigen wir uns mit der Werttheorie von Georg Simmel und wenden uns abschließend der Frage zu, ob Geld einen eigenen Substanzwert hat. Als Quellin liegt mir die »Philosophie des Geldes« im »Nachdruck des Anaconda-Verlages« vor, von 2009, basierend auf der zweiten Auflage von 1907, und ergänzend dazu als »Sekundärliteratur«, die »Einführung von Werner Jung zu Georg Simmel«, 2016 im »Junius Verlag« erschienen, und »Klaus Lichtblaus« Buch über Simmel von 1997, und zu guter Letzt noch der »Radio Wissen«-Beitrag über die »Philosophie des Geldes« vom September 2018. Auf geht's! Juhu! Der kleine Georg kommt 1858 in Berlin zur Welt, Hauptstadt des Deutschen Reiches, mit einer Bevölkerung von knapp einer halben Millionen Menschen. Trotzdem gilt diese Stadt als Bieder und verschlafen, doch das ändert sich im Laufe der folgenden Dekaden. Denn Berlin mustert sich zu einer boomenden Banken- und Handelsmetropole, in die der Kolonialhandel und die Aufbruchsstimmung der Gründerzeit große Mengen an Kapital hineinspülen, so heißt es im »Radio Wissen«-Beitrag. Als Georg 1885 Dozent für »Philosophie« an der heutigen Humboldt-Uni wird, zählt Berlin bereits über 1,2 Millionen EinwohnerInnen. Eine von ihnen ist die Künstlerin Gertrud Kiene, die den kleinen Georg 1890 zum Mann nimmt. In diesem Jahr erscheint sein Aufsatz über die Psychologie der Frauen und zwei Jahre später einiges über die Prostitution in Gegenwart und Zukunft. Ein früher Biograf ordnet diese Schriften der frühen Schaffensphase zu, in der sich Georg auch intensiv mit der Evolutionstheorie beschäftigt und sie mit der Entwicklung der Kultur in Zusammenhang bringt. Ein interessantes Thema, aber leider auch ein anderes Thema. Dem widmen wir uns dann vielleicht in Zukunft mal. Die Jahrhundertwende markiert den Beginn der mittleren Schaffensphase von Georg. Zur selben Zeit, da Gertrud sich ihrerseits der »Philosophie« zuwendet. Sie veröffentlicht 1910 etwa die Schrift »Realität und Gesetzlichkeit im Geschlechtsleben« und unterstützt die frühe Frauenbewegung. Auch ein spannendes, aber anderes Thema. Einen Beitrag über die Anfänge der Frauenbewegung gibt's dann voraussichtlich im nächsten Jahr. Doch hier und jetzt soll es um die »Philosophie« des Geldes gehen. Mit dem Zuwachs an Kapital und der Zahl von »Wohlhabenden« in Berlin des späten 19. Jahrhunderts ist Geld allgegenwärtig geworden. Doch anders als viele andere geht Georg Simmel das Thema »Philosophisch« an. Ihn interessieren Fragen zu Geld und Geldwirtschaft vor allem hinsichtlich ihres Einflusses auf das moderne Leben und die Kultur. Fragen wie »Welche Rolle spielt Geld in unserem Wertesystem?« »Wie hat es sich im Laufe der Zeit verändert?« »Und wie kommt es, dass sein Stellenwert schon fast universell zu nennen ist?« Um sein Anliegen klar herauszustellen, unterstreicht Georg Simmel gleich in der Vorrede, keine Zeile dieser Untersuchung ist nationalökonomisch gemeint. Er will deutlich machen, dass Geld Dimensionen hat, die weit über die Ökonomie hinausgehen. Wer heute am ehemaligen Wohnhaus der Simmels in Berlin vorbeigeht, liest dort auf einer Gedenktafel von Georg als dem Begründer der deutschen Soziologie. Dennoch weist Klaus Lichtblau darauf hin, dass Simmel gerade der Soziologie nur einen sehr beschränkten Erklärungsanspruch bezüglich einer Analyse der Eigenart des modernen Lebens zugesprochen habe. Simmel wird man insofern nur dann folgerecht, wenn man den grundsätzlichen pluralistischen Charakter seines Denkens und Schaffens berücksichtigt. Seine eigene Gelehrsamkeit erwuchs aus der Überzeugung, dass nur bei Berücksichtigung der unterschiedlichen disziplinären Zugangsweisen sich zumindest in einem formalen Sinne so etwas wie eine einheitliche Erfahrung der Moderne gewinnen lässt. Dass Simmel im Übrigen ein eigenes Verständnis von Soziologie hatte, das geht schon aus seiner Schrift »Das Problem der Soziologie« aus dem Jahr 1894 hervor. Anders als etwa Marx abstrahiert Simmel bewusst von den Absichten und Interessen der Handelnden und konzentriert sich ganz auf die sozialen Wechselwirkungen zwischen Individuen und Gruppen. Simmels Soziologie als Wissenschaft sozialer Wechselwirkungen entspricht genau derjenigen bereichernden Ausnahme, die Wilhelm Dilltei bei seiner ansonsten harschen Kritik an der Soziologie seiner Zeit gelten lässt. Schon in einem früheren Werk über soziale Differenzierung von 1890 stellt Simmel außerdem klar, dass es sich bei der Soziologie um eine Wissenschaft sozusagen zweiter Potenz handele, welche die Ergebnisse anderer Wissenschaften in neuerlicher Synthese zusammenführe. Wissenschaften wie die Nationalökonomie. Solche Einzelwissenschaften sind für Simmel in zweierlei Hinsicht begrenzt. Nach unten hin stößt jede Einzelwissenschaft auf eine Grenze durch begriffliche und methodologische Voraussetzungen. Diese sind die Ergebnisse erkenntnistheoretischer Reflektionen, die der eigentlichen Einzelwissenschaft selbst vorausgehen. Und nach oben hin stößt jede Einzelwissenschaft auf eine Grenze, über die hinaus es philosophisch spekulativ wird. Als dergestalt begrenzt, betrachtet Simmel auch den von Karl Marx und Friedrich Engels begründeten historischen Materialismus, der Theorien zur Erklärung von Gesellschaft und Geschichte umfasst. Simmel beabsichtigt, diesem Materialismus ein philosophisches Stockwerk zu unterbauen. Derart, dass der Einbeziehung des wirtschaftlichen Lebens in die Ursachen der geistigen Kultur ihr Erklärungswert gewahrt wird, aber eben jene wirtschaftlichen Formen selbst als das Ergebnis tieferer Wertungen und Strömungen psychologischer, ja metaphysischer Voraussetzungen erkannt werden. Insofern heißt Simmels Werk von 1900, das sich nicht nur als Synthese, sondern auch als Analyse versteht, nicht Soziologie des Geldes. Seine Wahl fällt auf das Fach Philosophie. Diese bezeichnet der Denker als Pendant zur Kunst. In der Kunst geht es ja stets um ein einzelnes Motiv, von dem aus sie jede mögliche Erweiterung desselben zum Allgemeinen hin empfinden lässt, wie ein Geschenk. In der Philosophie wiederum geht es stets um die Gesamtheit des Daseins, das ob seiner schieren Größe auf ein einzelnes Motiv gebracht werden muss, von dem aus die Erweiterung desselben zum Allgemeinen hin nachgezeichnet werden muss, wie eine Bringschuld. Nun wählt Simmel als einzelnes Motiv seiner philosophischen Gegenwartsbetrachtung nicht die Arbeit oder die Produktion, wie es jene Theoretiker des historischen Materialismus tun, sondern das Geld als die reine Form der Tauschbarkeit. Indem Simmel bewusst der Allmacht des Geldes und einer durch sie geprägten Kulturindustrie einen hervorragenden Stellenwert einräumte, vollzug er gleichsam eine materialistische Wende innerhalb der bürgerlichen Kulturphilosophie der Jahrhundertwende, die er nur deshalb nicht als materialistisch bezeichnete, weil sie nicht bei der Behauptung einer Vorrangstellung der ökonomischen Sphäre stehen blieb, sondern gerade deren Wechselwirkung mit den verschiedensten anderen gesellschaftlichen Bereichen zum Gegenstand hatte. Werner Jung weist noch auf Simmels Lebensumstände hin, als Gründe für dessen gesteigertes Interesse an der Geldwirtschaft, also auf die Erfahrungen des großstädtischen Lebens und Simmels Einsicht in den wechselseitigen Zusammenhang der Geldwirtschaft mit dem Anwachsen der Großstädte. Im Veröffentlichungsjahr der zweiten Auflage von »Philosophie des Geldes« ist die Bevölkerung Berlins bereits auf über zwei Millionen Menschen angewachsen. Rings um den Denker herrscht ein wuseliges Miteinander. Zwei gegensätzliche Weltanschauungen stehen im Raum. Da ist einmal der bürgerliche Individualismus mit seinem Bestehen auf persönlichen Freiheitsrechten auf der einen Seite, und das sozialistische Bestreben bezüglich der Vergesellschaftung von ökonomischen Produktionsmitteln und zentralen politischen Institutionen auf der anderen Seite. Simmel will diese sich scheinbar ausschließenden Parteistandpunkte begreifbar machen als wechselseitig aufeinander bezogene Momente eines übergreifenden Entwicklungsprozesses auf dem Weg hin zu einer genuin modernen Gesellschaft, so formuliert es Lichtblau. An dieser Stelle schon mal die Kernthese der »Philosophie des Geldes«, auf die wir dann am Ende nochmal zurückkommen. Die Kernthese besagt, dass ich mit wachsender Differenzierung und stetig komplexeren Wechselwirkungsprozessen die Abhängigkeit von einer festen Gruppe löse zugunsten rein relativer Abhängigkeiten, womit die individuelle Freiheit wachse. Zur Herleitung und Erläuterung dieser These betrachten wir Simmels Schrift nun etwas genauer. Die »Philosophie des Geldes« umfasst zwei Teile. Im ersten, sogenannten analytischen Teil, will Simmel das Wesen des Geldes aus den Bedingungen und Verhältnissen des allgemeinen Lebens verstehen lassen. Im zweiten, synthetischen Teil geht es ihm umgekehrt um Wesen und Gestaltung des Lebens aus der Wirksamkeit des Geldes. Der Sinn und Zweck des Ganzen ist nur der, von der Oberfläche des wirtschaftlichen Geschehens eine Richtlinie in die letzten Werte und Bedeutsamkeiten alles Menschlichen zu ziehen. Der analytische Teil untersucht die Voraussetzungen, die dem Geld seinen Sinn und seine praktische Stellung zuweisen. In der seelischen Verfassung der Menschen, in ihren sozialen Beziehungen und in der logischen Struktur der Wirklichkeiten und Werte. Das bringt uns zu zwei wichtigen Begriffen, nämlich Wert und Wirklichkeit. Man mache sich selten klar, schreibt Simmel, dass unser ganzes Leben in Wertgefühlen verläuft und überhaupt nur dadurch Sinn und Bedeutung bekommt, dass die Elemente der Wirklichkeit über ihren Sachgehalt hinaus unendlich mannigfaltige Maße und Arten von Wert für uns besitzen. In jedem Augenblick lebt unsere Seele in der Welt der Werte, die die Inhalte der Wirklichkeit in eine völlig autonome Ordnung fasst. Wert und Wirklichkeit existieren als zwei Ordnungen berührungslos nebeneinander. Oberhalb dieser Ordnungen liegt, was ihnen beiden gemein ist. Das sind die Inhalte oder das Bezeichnbare an der Wirklichkeit oder in unseren Wertungen. Das, was gleichmäßig in die eine wie in die andere Ordnung eintreten kann. Simmel vergleicht es mit dem metaphysischen Konzept der Ideen bei Platon. Mehr zur Ideenlehre gibt's hier in einem eigenen Beitrag, der ist unten verlinkt. Unterhalb von Wert und Wirklichkeit liegt das, dem sie selbst beide gemein sind, nämlich die Seele, die diese Ordnungen in ihre geheimnisvolle Einheit aufnimmt oder aus sich hervorbringt. Hier vergleicht Simmel Wert und Wirklichkeit mit verschiedenen Sprachen der Seele für die Inhalte der Welt. Zustandegebracht wird unser Weltbild durch einen Prozess der Distanzierung, auf zweierlei Weisen. Logisch, indem jene bezeichnbare Inhalte mal als Inhalte der Vorstellung und mal als Inhalte der Wirklichkeit begriffen werden. Und psychologisch, indem das ichlose Vorstellen, das keinen Unterschied macht zwischen Person und Sache, in sich auseinandertritt, so wie es bei jedem Kind irgendwann passiert, wenn es ich sagen kann und sich damit meint. Im ersten Kapitel unter dem Titel Wert und Geld entfaltete Simmel nun eine Werttheorie und beschreibt den Wert, im Kontrast zur Wirklichkeit, als eine rein subjektive Größe. Zugrunde liegt ihm ein individueller Akt der Wertschätzung. Mit Rückgriff auf Kant – die Möglichkeit der Erfahrung bilde erst die Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung – beschreibt Simmel die Möglichkeit des Begehrens als die Möglichkeit der Gegenstände des Begehrens. Das so zustande gekommene Objekt, charakterisiert durch den Abstand vom Subjekt, den dessen Begehren ebenso feststellt wie zu überwinden sucht, heißt uns ein Wert. Wie auch immer Dinge definiert werden mögen, ein Wert sei keine Eigenschaft dieser Dinge, sondern ein subjektives Urteil über sie. Und so wie die Welt des Seins meine Vorstellung ist, so ist die Welt des Werts meine Begehren, schreibt Simmel. Auf dieselbe Weise wie Vorstellungen nun zu Wahrheiten, also Wahrseiendem werden, nämlich Vermittelsrelativität, so werden Begehrensobjekte zu Werten. Anders gesagt, die Tatsache des wirtschaftlichen Tausches löst laut Simmel die Dinge von dem Eingeschmolzen-Sein in die bloße Subjektivität der Subjekte und lässt sie sich gegenseitig bestimmen. Und weiter? Den praktisch wirksamen Wert verleiht dem Gegenstand nicht sein Begehrtwerden allein, sondern das Begehrtwerden eines anderen. Aber was soll die Beschränkung aufs wirtschaftliche? Man müsse sich klarmachen, bemerkt Simmel, dass die Mehrzahl der Beziehungen von Menschen untereinander als Tausch gelten kann. Jede Wechselwirkung sei als Tausch zu betrachten. Das kann ein Gespräch sein, eine Liebesbeziehung oder auch nur ein Blick. Wert und Tausch sind aufs engste miteinander verwoben. Und das Wertmaß und mithin das Medium, in dem Tauschakte vollzogen werden, ist für Simmel das Geld, so formuliert es Werner Jung. Simmel beschreibt das Geld als Gipfel und reinsten Ausdruck des wirtschaftlichen Wertes. Nur das Geld ist nichts als die reine Form der Tauschbarkeit. Es verkörpert das Element oder die Funktion an den Dingen, durch die sie wirtschaftliche sind. Die zwar nicht ihre Totalität, wohl aber die des Geldes ausmacht. Inwieweit reicht die historische Verwirklichung des Geldes an die Idee seiner als reine Form der Tauschbarkeit heran? Darum dreht sich das nächste Kapitel der Philosophie des Geldes. Im zweiten Kapitel, der Substanzwert des Geldes, befasst Simmel sich mit der Frage, ob dem Geld selbst ein Wert zukommt. Immerhin sind wir es von manchen Messmitteln gewohnt, dass sie in derjenigen Qualität, in der sie etwas messen, mit dem zu messenden Gegenstand übereinstimmen. Ein Längenmaß muss lang sein, eine Balkenwaage zur Gewichtsmessung muss schwer sein und ein Wertmaß dementsprechend wertvoll, nicht wahr? Nein. Dieses logische Prinzip gilt nur für das Messen durch unmittelbare Gleichung zwischen einem Gegenstand und einem Messgerät. Doch die Annahme einer unmittelbaren Beziehung zwischen dem Objekte und dem Geldpreis ist, wie Simmel im vorausgegangenen Kapitel noch geschrieben hat, wortwörtlich mittelalterlich. Er vergleicht den gedanklichen Irrtum mit der Vorstellung des Rechts als etwas, das inhaltlich in einem unmittelbaren Zusammenhang mit einem Individuum an und für sich stehe, wohingegen das Recht in Wirklichkeit doch nur ein Verhältnis der Menschen untereinander sei. Zurück zum Messen von Gewichten respektive Werten. Wo das Messen nur durch unmittelbare Gleichung zwischen zwei Quanten – hier Mengen eines bestimmten Materials – geschehen kann, da setzt es Qualitätsgleichheit voraus. Wo aber eine Änderung, eine Differenz oder das Verhältnis je zweier Quanten gemessen werden soll? Da genügt es, dass die Proportionen der messenden Substanzen sich in denen der gemessenen spiegeln, um diese völlig zu bestimmen. Ohne dass zwischen den Substanzen selbst eine Wesensgleichheit bestehen muss, und gar wenn ganz wesensfremde Glieder in die Messung mit einfließen. Es genüge das Bestehen eines Gesamtverhältnisses, um die Quanten der Glieder aneinander zu messen. Mit der Einführung eines Gesamtgeldquantums und eines Gesamtwarenquantums zeigt Simmel, dass auch x-beliebige Geldmenge und x-beliebiger Gegenstand aneinander messbar sind, gleichgültig, ob die Erstere ein Wert ist oder nicht. Schon hier zeigt sich, worauf die Sache hinausläuft. Für Georg Simmel hat das Geld selbst keinen Substanzwert, zumindest nicht mehr. Er verweist seiner Zeit voraus auf den vollständigen Relativitätscharakter. Wenn etwa vorausgesetzt würde, dass die Gesamtsumme des Geldes den Gegenwert für die Gesamtsumme der Verkaufsgegenstände bildete, so brauchte man dies noch nicht als ein Messen des einen am anderen anzuerkennen. Es ist eben nur das Verhältnis beider zu dem wertsetzenden Menschen und seinen praktischen Zwecken, das sie untereinander in eine Beziehung von Äquivalenz setzt. Die Philosophie des Geldes liefert keine Entstehungsgeschichte der modernen Geldwirtschaft, also des Kapitalismus zu Simmels Lebenszeiten. Laut Werner Jung hätten manche Interpreten darin einen Skandal gesehen. Simmel nimmt die herrschende kapitalistische Gesellschaft einfach hin, als Faktum Brutum, ohne systematisch nach ihrer Genese zu fragen. Unsystematisch, stattdessen eher fragmentarisch, zeichnet Simmel die Entstehungsgeschichte der Geldwirtschaft dennoch in groben Zügen nach, etwa wenn er im zweiten Kapitel nun einige historische Beispiele des Naturalientausches anführt, für eine Formel, die er schon im ersten Kapitel erläutert, nämlich Wie kann das sein, wenn doch die Dingqualitäten einer Muschel, einer eisernen Hacke oder was im Laufe der Geschichte sonst so als Geld diente, dermaßen unterschiedlich sind? Die beschränkte Aufnahmefähigkeit unseres Bewusstseins einerseits, die kraftersparende Zweckmäßigkeit seiner Verwendung andererseits bewirbt, dass von den unzähligen Seiten und Bestimmungen eines Interessenobjekts immer nur eine geringe Zahl wirklich beachtet werden. Jener wertsetzende Mensch mit seinen praktischen Zwecken ist das Entscheidende. Dieser Mensch setzt seine Werte viel mehr nach seinen jeweiligen Bedürfnissen, die er gerade hat, als nach der wirklichen Beschaffenheit der Dinge. Simmel stellt die Mechanismen der Individualwirtschaft detailliert dar, nicht nur als Analogie zur Wirtschaft überhaupt, sondern dieser vorausgehend. Die fortwährenden subjektiven Abwägungen müssen als Niederschlag das objektive Verhältnis zwischen Ware und Preis erzeugen. Er übertreibt nicht, wenn er schreibt, ein Maßverhältnis zwischen zwei Größen nicht mehr durch unmittelbares Aneinanderhalten herzustellen, sondern dadurch, dass sie jede derselben zu je einer anderen Größe ein Verhältnis hat und diese Verhältnisse einander gleich oder ungleich sind. Das ist einer der größten Fortschritte, die die Menschheit gemacht hat – die Entdeckung einer neuen Welt aus dem Material der Alten. Die unverkaufte Ware indes sei nur eine Ware der Möglichkeit nach, wie Simmel mit Aristoteles sagt. Erst im Moment ihres Verkaufs werde sie eine Ware der Wirklichkeit nach. Und ebenso sei das Geld erst in dem Augenblick, wo er es kauft, d. h. die Funktion des Geldes übt, wirklich Geld. Simmel zeigt, dass die Funktion des Geldes, Werte zu messen, ihm den Charakter eines Eigenwertes nicht aufzwingt. Und meint, allein diese Möglichkeit lasse doch das innerliche Wesen des Geldes erkennen, während es seinem Stoffe nach als unmittelbar wertvoll empfunden worden ist, über Jahrtausende hinweg. Sei die moderne Entwicklung absehbar, mit ihrem Giroverkehr und internationalem Wechselversand, so Simmels stand der Dinge. Der modern entwickelte Verkehr strebt offenbar dahin, das Geld als substanziellen Wertträger mehr und mehr auszuschalten. Und er muss dahin streben, weil auch die gesteigerte Edelmetallproduktion nicht ausreichen würde, alle Umsätze in bar zu begleichen. Das klingt so pragmatisch, wie es eben praktisch ist, bargeldlos zu zahlen. In Zeiten von E-Cash und Kryptowährungen erscheint Simmel aktueller denn je. Geld war einmal ein Wertequivalent, das wir mit Händen greifen konnten. Der Silber- oder Goldgehalt einer Münze bestimmte, was man mit ihr machen konnte. Doch irgendwann wurden die Metalle knapp und in der Neuzeit machten sich Geldscheine breit, bedrucktes Papier. Die älteste erhaltene Banknote stammt aus China, das erste Land der Welt, in dem bereits viel früher, um das Jahr 1000, Papiergeld zum Einsatz kam. Die logische Weiterführung der bezifferten Zettel sind heute im Computerzeitalter digitale Datensätze. Der Funktionswert des Geldes ist von derart großer Bedeutung, dass es keinen Substanzwert mehr braucht. Simmel sagt, »Nicht was das Geld ist, sondern wozu es ist, verleiht ihm seinen Wert.« In einer Welt, in der es nichts zu tauschen gibt, ist Geld nichts wert. Nun sind aber Tauschakte, wie gesagt, nicht alle wirtschaftlich. Manche zum Beispiel sind kriegerisch. Simmel nennt die Ermöglichung von Symbolen durch psychologische Herausforderung des Quantitativen, eine Geistestat von außerordentlichen Folgen. Wir müssen uns vor Augen führen, nicht nur, was wir gewonnen haben durch die Symbolwertung des Geldes, sondern wie viel weniger wir zu verlieren hätten, wenn diese Entwicklung auch in anderen Bereichen so weit reichte. Simmel ersinnt ein Kriegsspiel, in dem alle Heeresmassen, alle Chancen, alle Intelligenz der Führung einen vollständigen symbolischen Ausdruck fände, womit der physische Kampf unnötig gemacht werden würde. Ein Gedanke, den die Geschichte mit Ignoranz strafte. In zwei Weltkriegen wurde der physische Kampf bis aufs letzte ausgetragen. Aber eine Weiterführung solch tödlicher Kriegstreiberei sollte spätestens im Computerzeitalter bloße symbolgestützte Simulation sein. Das wäre eine außerordentliche Geistestat. Die fortschreitende Differenzierung unseres Vorstellens bringt es mit sich, dass die Frage des »Wieviel« eine gewisse psychologische Trennung von der Frage des »Was« erfährt. So wunderlich dies auch in logischer Hinsicht erscheint. Differenzierung heißt Fortschritt. Und so wie die Erfindung der Taschenuhr dem Menschen ein neues Verständnis von Pünktlichkeit brachte, so geht mit der Erfindung des Geldes ein neues Verständnis von Vertrauen einher, in allen Lebensbereichen. Ein Geldvertrauen als allgemeine, verbindliche Instanz. Und Ersatz für das, was mal das Gottvertrauen war. Verkürzt gesagt behauptet Simmel, mit Geld geht alles. Man kann, sagt Simmel zynisch, auch Liebe kaufen. Allerdings sind der Moderne – das ist Simmels geniale Idee – nur noch über Geld. Nicht mehr über herkömmliches Vertrauen, nicht mehr über Dankbarkeit, nicht mehr über Verwandtschaftsbeziehungen. Das ist modern. Moderne Menschen sind frei. Egal, woher sie kommen, wen sie lieben oder woran sie glauben, vor dem Geld sind alle gleich. Alle brauchen es, alle wollen es, alle wissen das. Andererseits schafft Geld neue Ungleichheiten, wie diejenigen zu spüren bekommen, die keines haben. Wer sich die Miete leisten kann, denkt darüber selten als der Preis für Privatsphäre nach. Simmel nennt das die Veräußerlichung von Beziehungen. Wer bezahlen kann, schützt damit gleichzeitig sein Innerstes. Wer Geld auf den Tisch legt, spart sich Fragen und ist unabhängig. So wird es bei Radio Wissen formuliert. Hans-Peter Müller, Professor für Soziologie an der Humboldt-Uni zu Berlin, also da, wo auch der Simmel lehrte, der bringt es auf den Punkt. Geldbesitz, sagt er, verleihe beides. Potenz im Sinne von Macht und Potenzial im Sinne von Möglichkeiten. Und plötzlich werden aus Denkmöglichkeiten reale Möglichkeiten. Wer hingegen kein Geld hat, ist raus aus dem Raum realer Möglichkeiten. Moderne Menschen sind also frei und abhängig zugleich. Ich wiederhole die Kernthese der Philosophie des Geldes. Mit wachsender Differenzierung und stetig komplexeren Wechselwirkungsprozessen löst sich die Abhängigkeit von einer festen Gruppe zugunsten rein relativer Abhängigkeiten, womit die individuelle Freiheit wächst. Der magische Mehrwert des Geldes bestehe darin, sagt Müller, dass es sich zum absoluten Mittel heraufschwinge. Und der Witz sei, das absolute Mittel wird dann, in verkehrter Weise, auch zum absoluten Zweck. Die Menschen vergessen über den permanenten Gelderwerb und der ewigen Lust daran, es zu vermehren, wozu sie es verwenden wollten. Wir können zwar zwei Autos besitzen oder mehrere Uhren kaufen, doch irgendwann ist der Bedarf gedeckt. Beim Geld, so Simmel, verhält es sich anders. Es gibt keine Sättigungsgrenze. Man kann immer noch mehr Geld haben. Genau das sei es, was Simmel philosophisch und soziologisch zu fassen versuche. Und was lernen wir daraus? Dass wir unsere Ziele nicht aus den Augen verlieren sollten und dass Geld allein ein Ziel ohne Linie ist – und damit kein richtiges Ziel. Das war's zu Georg Simmel und seiner Philosophie des Geldes. Wie gesagt, ein sehr umfangreiches Werk, das wir hier nur in groben Zügen nachvollziehen konnten. Im nächsten Beitrag geht es dann um eine Theorie der Gerechtigkeit von John Rawls. Wenn dir dieser Beitrag geholfen hat, gerne liken, teilen und wenn du diese Inhalte unterstützen möchtest, dann abonnier doch den Kanal und schau auch im Blog vorbei. Dort findest du diesen Beitrag und viele weitere nochmal in Schriftform. Wenn's noch Fragen gibt, einfach in die Kommentare. Ich sag vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.